Moin Fans! Heute Nacht ist es endlich soweit. Ab 0 Uhr können die Vorbesteller die Vollversion von Star Wars Battlefront 2 spielen und ich wollte euch nochmal meine Erfahrungen mit dem Spielen darlegen. Welche Expertise ich mit dem Game habe, kann ich euch ganz kurz erklären. Ich habe Closed Alpha gespielt, das war knapp eine Woche, da habe ich wirklich hart gesuchtet. Dann habe ich das komplette Open Beta Wochenende durchgesuchtet, wie wahrscheinlich alle anderen auch und habe jetzt über Origin Access auf insgesamt 4 Accounts jeweils 10 Stunden das komplette Spiel getestet, bis auf eine Stunde wirklich ausschließlich Multiplayer. Also eine Stunde habe ich den Singleplayer getestet und das sind insgesamt halt also 39 Stunden im Multiplayer. Das heißt, ich habe einen relativ guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, gleich vorweg, selbst nach den 40 Stunden und diesem Alpha und Beta gezocke und gegrinde, ich habe es wirklich hart gesuchtet, wurde mir das Game nicht langweilig. Also ich habe in der Zeit weder ausgemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, noch weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es langweilig wurde oder dass ich irgendwie frustriert war oder sonstiges. Ich habe wirklich das Game jedes einzelne Mal nur ausgemacht, wenn ich irgendwas anderes vorhatte oder müde war und pennen wollte. Und falls ihr jetzt hier etwas zum Thema Lootboxen erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Dazu mache ich ein separates Video, denn ich denke, das wird sonst einfach alles viel zu lang und das Thema Lootboxen möchte ich halt wirklich nochmal genauestens beleuchten, zumindest meine Sicht der Dinge. Also da kommt jetzt auch noch ein extra Video zu. Genauso wenig werde ich hier auf das Thema Grafik, Sound und Atmosphäre eingehen. Ich denke mal, alles was man bisher gesehen hat und auch die Tatsache, dass zumindest das in dem Vorgängerspiel, also Star Wars Battlefront 2015, wirklich schon erstklassig war, wenn auch sonst nicht viel an dem Spiel erstklassig war. Aber das wurde hier natürlich auch komplett geil umgesetzt. Also Atmosphäre, Sound und so weiter, das ist alles auf dem allerneuesten Stand. Das ist topnotch, das ist nochmal ein ganzes Stück geiler als im letzten Spiel. Womit wir auch gleich bei der Kernfrage sind, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist das Spiel besser als Star Wars Battlefront 2015 und zumindest was das angeht, kann ich auf jeden Fall ein dickes fettes Jahr raushauen. Das Spiel ist in so ziemlich jeder Hinsicht verbessert worden, es wurde sich so gut wie jede Kritik am ersten Teil zu Herzen genommen und das merkt man auch. Um hier nur mal ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel die Steuerung, das Gameplay, das Balancing, es ist ein Klassensystem drin, es gibt ein Battlepoint-System, also keine nervigen Pickups. Das heißt, man findet jetzt nicht irgendwie Darth Vader oder Luke Skywalker irgendwo auf dem Boden oben liegen, sondern man kann sich das erspielen über eine Leistung. Wenn man sich gut schlägt, bekommt man die coolen Sachen und genau so soll es ja eigentlich auch sein. Also da ist wirklich eine gute Arbeit abgeliefert worden. Bitte, bitte tut mir den Gefallen und lasst euch nicht dazu hinreißen, das Spiel jetzt nicht anzurühren, nur weil Star Wars Battle von 2015 irgendwie kacke war oder ihr das blöd fandet. Ich war auch wirklich kein Fan von dem Spiel, also ich habe zwar auch relativ viel gespielt, weil ich auch ein Star Wars Fan bin, aber das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schlecht gemacht gewesen. Es hat nicht wirklich gut motiviert, es hat nicht wirklich ein gutes Gameplay gehabt und jetzt das neue Star Wars Battlefront 2, was jetzt gerade rauskommt, das ist eigentlich so, wie ich mir Star Wars Battlefront 2015 damals schon gewünscht hätte. Für mich persönlich erfüllt das Spiel sogar eine Rolle, die ich wirklich eine ewige Zeit lang eigentlich in einem Spiel gar nicht mehr wirklich mehr kannte, nämlich wirklich einfach in ein Spiel reinzugehen und einfach nur mit der Intention, Spaß zu haben, ein Spiel zu spielen. Ich habe zu viele Competitive Games gezockt, ich habe zu viele PvP Games gezockt, die wirklich, wo man sich wirklich richtig mit anderen Spielern misst und so wie hier einfach wirklich nur, wo es um den puren Spaß geht, das pure Vergnügen an einem Spiel, das habe ich ewig nicht gehabt und das habe ich jetzt in diesem Spiel, gibt es bestimmt auch in anderen Spielen, aber ich habe es hier seit Ewigkeiten endlich mal wieder erlebt, dass ich einfach nur Spaß an einem Game habe. Und das fühlt sich für mich persönlich sehr, sehr, sehr gut an. Ich weiß nicht, ob das für irgendwelche anderen Leute gilt, aber also das ist für mich wirklich ein riesen Pluspunkt, dass das einfach wirklich nur Spaß macht. In diesem Spiel gibt es wirklich eine ganze Menge Content direkt schon zum Release. Der Hauptspielmodus, Galactic Assault, bietet an sich schon elf wirklich relativ riesige Karten, die alle sehr unterschiedliche Spielerlebnisse bieten. Jede Karte hat so ein bisschen eine eigene Story, hat auch irgendwie ein bisschen anderes Gameplay. Die eine ist sehr Close-Quarters-lastig eher ausgelegt, die andere ist sehr breit und weit ausgelegt und manche sind so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Je nachdem, in welcher Phase von der Map man sich befindet, ist es halt weitläufig oder halt eben eher Close-Quarters-lastig. Das ist schon ziemlich gut. Wem der Modus an sich nicht reicht, der kann sich dann auch noch zum Beispiel in Heroes vs. Villains Helden-Brawls liefern. Das sieht im ersten Moment immer so ein bisschen nach Hack'n'Slay aus. Da steckt allerdings tatsächlich mehr Taktik hinter, als man im ersten Moment vielleicht denken mag. Mich hat der Modus total gepackt und ich habe da richtig gerne gespielt. Also das macht wirklich richtig Spaß, wenn man erstmal so ein bisschen den Bogen raus hat, worauf man achten muss. Und wirklich nicht nur Button-Smashing macht, sondern wirklich guckt, was macht der Gegner, was mache ich. Das hat natürlich jetzt keine taktische Tiefe, was Kämpfe angeht, wie jetzt ein For Honor zum Beispiel. Aber es ist schon auf jeden Fall ein bisschen mehr, als einfach nur dummes Rumgehacke. Für Freunde des Mottos Kopf aus und Spaß dabei gibt es dazu noch einen Deathmatch-Modus. Und dann gibt es noch so einen taktischen Modus mit einem bisschen kleineren Spielerpool. Ich meine, das sind 16 Spieler. Das ist komplett Infanterie, nennt sich Assault, wo man halt in, wie gesagt, kleineren Gruppen einfach ohne Helden oder ohne Fahrzeuge Objective-basierende Maps spielt. Der ist eigentlich auch ganz cool. Den hatte ich allerdings jetzt nicht so viel gespielt, deswegen kann ich da nicht ganz so viel zu sagen. Worüber ich eine Menge sagen kann, ist der Modus Starfighter Assault. Gut, da werden allerdings auch nochmal separate Videos zu kommen. Kurz und knackig gesagt, es war mein absoluter Lieblingsmodus. Zum Vergleich, im Star Wars Battlefront 2015 waren die Raumschiffe ja doch eher meh von der Steuerung. Das war also wirklich eigentlich eher katastrophal. Das hat so gut wie gar keinen Spaß gemacht. Egal, ob man jetzt diese Weltraumschlachten gespielt hat oder den Raumfighter in so einer Walker Assault Map oder sonst was gespielt hat. Ich persönlich fand das furchtbar. Ich konnte damit überhaupt nicht spielen. In diesem Star Wars Battlefront 2 hingegen ist die Steuerung wirklich sehr geil gemacht. Also man kann mit Maus und Tastatur meiner Meinung nach nahezu perfekt steuern. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die ich noch ändern würde, beziehungsweise als Zusatz einbauen würde. Aber das, wie gesagt, das kommt in anderen Videos. Im Großen und Ganzen kann man sagen, also man kann wirklich, wenn man sich kurz eingewöhnt hat, extrem gut fliegen. Und es macht einen unheimlichen Spaß. Momentan sind, glaube ich, sechs Maps für den Starfighter Assault im Game. Und jede Map bietet so ein bisschen auch wieder ein anderes Szenario, ein bisschen anderes Gameplay. Bestes Beispiel, eine Map ist in einem Asteroidenfeld. Die andere Map spielt an einer Raumstation, wo draußen rum nicht viel ist. Die nächste Map spielt in den Trümmern des Todessterns. Und eins der optischen, absoluten Leckerbissen in diesem Spiel ist die Map Camino. Dürften die meisten von euch kennen. Das ist die Fabrik, wo die Klone gezüchtet, nenne ich es mal, werden. Und dort kämpft man halt tatsächlich auf der Planetenoberfläche in diesem Meer mit dieser Basis, die im Meer steht, wie eine Bohrinsel. Bei Wind und Wetter und Gewitter einfach um diese Fabrik, die angegriffen wird von den Separatisten. Und es sieht nicht nur geil aus, sondern es macht auch unheimlichen Spaß. Und ist halt einfach ein komplett anderes Spielerlebnis, als wenn man jetzt einfach nur stumpf im Weltraum rumfliegt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich ewig darauf gewartet, dass mal wieder ein Star Wars Spiel rauskommt, wo man Raumschiffe fliegt. Das ist hier zwar kein Standalone-Titel, aber das fühlt sich fast so an. Dass dieser Spielmodus an sich könnte auch locker als einzelnes Spiel rauskommen. Genauso wie er jetzt gemacht ist, halt einfach vielleicht mit ein bisschen mehr Content logischerweise. Aber dafür, dass das ein Spielmodus in diesem kompletten Spiel ist, bietet der wirklich schon eine Menge Spielspaß. Und ich denke, wenn da einfach über die Gratis-DLCs immer mehr Maps kommen, dann bleibt das auch lange motiviert. Also ich habe bisher noch nicht eine Sekunde die Nase voll davon bekommen. Das nächste, was die meisten auch interessieren dürfte, ist natürlich die Frage, ist das zu casual oder ist es auch so casual wie Star Wars Battlefront 2015? Eins muss man hier ganz klar vorweg sagen. Battlefront ist, war und wird auch niemals irgendeine Art von E-Sport-Titel oder großartig competitive in irgendeiner Art und Weise werden. Das ist, denke ich, bei einem Star Wars Game sowieso eher unwahrscheinlich. Ein Star Wars Game wird, denke ich mal, immer relativ casual sein, weil es halt einfach eine breite Masse anspricht. Und viele Leute sind keine Hardcore-Gamer, die wollen halt einfach nur eine gute Zeit haben und die hast du nicht, wenn das Spiel halt zu knackig ist. Ich finde, dass Star Wars Battlefront 2017 hier allerdings einen relativ guten Kompromiss macht, denn man wird als guter Spieler halt wirklich trotzdem gut belohnt. Das heißt also, es ist eigentlich völlig Banane, ob man was kann oder nicht. Ein Beispiel ist, dass man unheimlich viele Battlepoints bekommt, wenn man das Objective spielt. Das heißt also, wenn man sich wirklich an das hält, was das Team machen soll, wenn man Teamplay an den Tag legt, also eigentlich für alles, was irgendwie Sinn macht, bekommt man einen größeren, deutlich größeren Anteil von Battlepoints, wie jetzt zum Beispiel für Kills. Wobei man auch für Kills meiner Meinung nach fast schon ein bisschen zu viel bekommt. Das ist aber auf jeden Fall im Rahmen, denn wie gesagt, PTFO gibt immer mehr Punkte als stumpfes Killen. Das gibt auch ein, zwei Beispiele, da ist es ein bisschen anders. Also wenn man im Galactic Assault mit einem Raumschiff zum Beispiel fliegt, dann macht man einfach unglaublich viele Punkte in viel zu kurzer Zeit. Das ist allerdings eine Sache, da bin ich sehr stark von überzeugt, dass es einfach nur noch nicht wirklich getestet wurde, da ja diese ganzen Maps alle noch nicht da waren. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell genervt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird wahrscheinlich mit dem ersten Patch gleich geändert, wenn es nicht schon zum Release heute Abend schon bereits geändert ist. Zweites Beispiel ist das Waffenverhalten. Natürlich ist es relativ casual, aber Aiming wird halt hier doch eher belohnt. Und es gibt Waffen, die sind wirklich einfach ziemlich Spray-and-Pray-lastig, das heißt also, die triggert man einfach durch, da muss man jetzt auch nicht groß Tap feiern oder irgendwas. Die sind meistens dabei doch eher dann für den Nahkampf ausgelegt. Also es gibt hier tatsächlich auch einfach Waffen, die ein bisschen präziser sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit so einer Spray-and-Pray-Gun auf einer mittleren Distanz ist und man versucht, den Gegner niederzusprayen, oder man hat ein bisschen Aim und hat eine Waffe, die ein bisschen genauer ist und man macht ein, zwei, drei Headshots, dann ist man auf jeden Fall mit dem Aiming und der genaueren Waffe immer besser, als jemand, der das einfach nur runtersprayet. Wenn man natürlich kein gutes Aiming hat, dann schafft man wahrscheinlich mit diesen automatischen Waffen, die ein bisschen sprayen, auch wahrscheinlich ein bisschen mehr als jetzt mit einer Gang, wo man dann wirklich gut zielen muss. Aber ich denke, das ist auch normal und gut in so einem Shooter, der nicht allzu Hardcore ist, dass halt einfach so ein bisschen darauf ankommt, welche Waffe nimmst du, passt die zu deinem Spielverhalten. Also ich habe am liebsten den Assault gespielt, das ist der normale Soldat in Anführungszeichen und der hat eigentlich größtenteils Waffen, die ein bisschen genauer sind und da Headshots wirklich deutlich mehr Schaden machen als Körpertreffer, hatte ich da in den meisten Feuergefechten eigentlich so gut wie immer die Oberhand. Fakt ist, wenn man ein guter Spieler ist, muss man einfach nur die passende Waffe auswählen und jemand, der gutes Aim hat, sollte eigentlich in den meisten Feuergefechten immer gewinnen, außer er hat natürlich einen Gegner, der besser zielen kann. Ich gebe hier aber auch nochmal wirklich zu bedenken, dass Battlefront kein reiner Shooter ist. Es ist halt einfach ein Actionspiel, das Spaß machen soll. Es gibt hier Walker, es gibt hier Raumschiffe, es gibt hier Panzer, es gibt hier Granaten und Leute mit Laserschwertern. Also wie gesagt, man darf hier jetzt nicht ein total mega gebalancedes Spielerlebnis erwarten. In Battlefront gehört es halt einfach mal dazu, dass man auch mal den Löffel abgibt. Allerdings wird es auch nicht angezeigt, es ist also wirklich völlig egal, denn in der Spielerliste, beziehungsweise in der Scoreliste, stehen deine Points, die du gemacht hast und wie viele Leute du umgelegt hast. Da steht aber nicht, wie oft du gestorben bist. Von daher ist also sowas wie eine KD, gibt es überhaupt gar nicht. Die wird auch gar nicht getrackt und das an sich sagt ja eigentlich jedem schon. Dieses Spiel spielst du zum Spaß. Häng dich nicht an der KD oder irgendwas auf. Spiel einfach, hab Spaß. Wenn du explodierst, lach laut Hals, spawn neu und mach weiter. Nächstes und auch eines der wichtigeren Themen ist natürlich das Thema Helden. Helden sind in Battlefront stark, wirklich ziemlich stark. Allerdings finde ich sie tatsächlich nicht OP. Denn man kann sie tatsächlich, wenn sie nicht aufpassen, relativ leicht killen. Für mich definiert OP eigentlich eher, dass jeder Hans Wurst mit einem Helden in dem Fall dann rasieren kann. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Ich hab das mehr als einmal gesehen, dass Leute einfach mit einem Jedi oder Sith-Helden in eine Meute Gegner stürmen und das Gefühl haben, wow, ich hab jetzt einen Helden gekauft, ich bin jetzt so eine Art Freizeit-Rambo. Nur um festzustellen, dass sie halt eben nicht unverwundbar sind. Dafür wird dann allerdings auch Taktik und Skill mit dem Helden eher belohnt. Das heißt also, wenn man wirklich vorsichtig spielt, seine Chancen abwiegt, im richtigen Moment rein und im richtigen Moment wieder raus geht, dann kann man mit den Helden natürlich absolut dominieren. Das kann man allerdings sowieso mit jeder Klasse, wenn man guter Spieler ist. Logischerweise kann man als guter Spieler dominieren. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass man während man einen Helden spielt, nicht wahnsinnig viele Battle Points bekommt. Man schafft es meiner Meinung nach eigentlich nie, während man einen Helden spielt, so viele Punkte zu farmen, dass man sich den nächsten Helden gleich holen kann. Das geht eigentlich nicht mal wirklich um sich einen Rocket Trooper oder so zu holen. Also man muss schon wirklich extrem viele Kills mit einem Helden schaffen, um sich irgendwas Anständiges danach gleich wiederholen zu können. Und das ist eigentlich auch genau richtig so. Darüber hinaus bietet das Spiel auch noch einen Singleplayer-Modus an. Der umfasst so circa sechs Stunden und man spielt dort auf Seiten des Imperiums. Ich kann da momentan noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich erst die erste Stunde davon gespielt habe. Ich finde es allerdings ziemlich cool, dass eine Story dabei ist, die wirklich offizieller Star Wars-Kanon ist. Das heißt, alles, was in der Story geschieht, ist auch offizielle Star Wars-Lore und gehört dann auch wirklich zum kompletten Star Wars-Universum mit dazu und der Geschichte, die dahinter steht. Meiner Meinung nach ist Battlefront genau wie Battlefield eher ein Titel, der eigentlich komplett auf Multiplayer ausgelegt ist. Aber ich denke, für den einen oder anderen ist das sicherlich ein zusätzlicher Kaufgrund, wenn da noch ein bisschen eine Singleplayer-Kampagne dabei ist. Nur für den Singleplayer würde ich mir dieses Spiel wahrscheinlich nicht zu diesem Preis kaufen. Worüber ich sehr überrascht war, ist, dass in meinen Streams sehr, sehr oft Leute gesagt haben, dass dieses Lootbox-System kacke ist. Aber viele von diesen Leuten, die sich darüber beschwert haben, wussten zum Beispiel nicht, dass der DLC im Gegenzug komplett gratis ist. Das bedeutet ganz einfach, Star Wars Battlefront hat somit keinen Season Pass und das ist natürlich eine feine Sache, weil jeder, der Battlefield Premium gekauft hat, weiß, wie jetzt denn das ist. Wenn deine ganzen Kumpels kein Premium haben, weil sie entweder das boykottieren oder kein Geld dafür haben. Und man spielt dann mit denen immer nur dieselben alten Maps, obwohl eigentlich schon fünf geile DLCs rausgekommen sind mit ganz vielen neuen Maps und ganz vielen neuen Content, ohne dass man den langweiligen alten Scheiß spielen muss. Das Problem haben wir hier nicht und das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil. Kurz nochmal auf das Thema Bugs eingegangen. Ich persönlich habe nicht einen einzigen wirklich Game-Breaking-Bug irgendwie festgestellt. Das Einzige, was mir passiert ist, ich bin glaube ich zweimal irgendwie im Spawn-Screen stecken geblieben, als ich auf dem Server gejoint bin. Und ein, zweimal bin ich wohl irgendwie verkehrt gelaufen oder bin irgendwo weggeglitscht und steckte dann irgendwo fest, wo ich nicht mehr rauskam. Das ist aber alles noch zu verzeihen. Das war also wirklich in diesen 40 Stunden vielleicht. Also das kann ich locker an einer Hand auf jeden Fall abzählen. Das Spiel macht auf jeden Fall einen sehr fertigen Eindruck. Die Performance ist super, es hat bei mir nichts geruckelt. Ich hatte so gut wie keine Abstürze oder irgendwas. Also das lief wirklich hervorragend. Ein paar Sachen haben mir allerdings auch nicht so gut gefallen. Allen vor allem die Belohnung der Credits. Credits ist die Ingame-Währung, mit der man sich dann Karten, Helden oder irgendwas noch kaufen kann. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der zum Beispiel 20.000 Punkte im Match gemacht hat und jemandem, der 500 Punkte im Match gemacht hat, der also eigentlich so gut wie nichts gemacht hat, ist einfach viel zu gering. Also es bekommen fast alle die gleiche Anzahl von Credits. Das ist also ein minimaler Unterschied von Leuten, die wirklich gute Leistungen gebracht haben. Und die sollte auf jeden Fall besser belohnt werden. Denn wie gesagt, man bekommt zwar vielleicht 10, 20 Credits mehr, aber das ist wirklich nichts. Selbst auf eine Masse von Spielen gerechnet ist das einfach viel zu wenig und das muss unbedingt geändert werden. Genau wie in der Alpha und in der Beta hat sich nichts daran geändert, dass manche Runden einfach viel zu schnell vorbei sind. Es ist mir so oft passiert, dass ich gerade die Punkte für den Helden zusammen hatte. Und ich wirklich auch gut gespielt habe. Also das war nicht, weil ich zu lange gebraucht habe oder so. Sondern ich war wirklich Erster, hab die Punkte gehabt, spawnen den Helden und ich hab die Runde gewonnen. Und dann ist die vorbei. Und dann frage ich mich, wozu man in diesem Modus überhaupt einen Helden kaufen kann, wenn die Runde dann, wenn ich gewinne. Das heißt also, wenn ich gut war, wirklich einfach straight vorbei ist. Und obendrauf kommt noch das Problem, dass die Credit Problematik da gleich mit reingreift. Denn in dem Moment, wo die Runde so schnell vorbei ist, bekommt man noch weniger Credits, als wenn die Runde einfach länger geht und man sie verliert. Und das ist Blödsinn. Darüber hinaus fehlen mir noch so ein paar, ich nenne es mal Quality of Life Dinge, die noch nicht wirklich im Spiel drin sind. Ich hätte zum Beispiel gerne das Ganze so ein bisschen auf einem Niveau, wie es zum Beispiel die Battlefield Games haben. Sprich ein Mouse Sensitivity Regler für alle unterschiedlichen Aimstufen, dass man die alle separat einstellen kann. Dass ich die Farben komplett anpassen kann. Also man kann zwar zwei, drei, vier verschiedene Farben für sein Crosshair auswählen, man kann es aber nicht selbst eine Farbe sich zusammenmischen. Das würde ja noch gehen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt die Farbe auf grün oder in meinem Fall dann wahrscheinlich wird es immer lila sein, weil man es relativ gut erkennen kann, für seinen Soldaten ändert, dann ist es im Raumschiff trotzdem wieder weiß. Und das sieht man im Weltraum, je nachdem welchen Kontrast man dann hat oder ob man vor einer Raumstation ist, dann auch wieder nicht vernünftig. Das Spiel hat auch leider keinen Serverbrowser, ich hoffe der wird noch nachgereicht und genauso wie die Möglichkeit natürlich auch eigene Server zu mieten, wo man dann vielleicht bestimmte Maps auch mal rausnimmt, auf die man keine Lust hat. Und ich würde mir natürlich absolut sehr einen First Person Only Modus wünschen oder First Person Only Server. Keine Ahnung, ob das irgendwann mal passiert in einem Battlefront Game, ich würde es sehr feiern, weil ich bin wirklich eigentlich überhaupt kein Fan von der Third Person Mechanik. Das bisschen Kritik, was ich jetzt daran hatte, würde sich aber alles relativ einfach patchen oder nachbessern lassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, ich meine es ist ein DICE Game, ich vermute mal, das wird wahrscheinlich so peu a peu alles kommen. Siehe Battlefield, die Spiele werden ja auch mit der Zeit immer mehr aufpoliert und in Zusammenarbeit mit der Community eigentlich immer weiter perfektioniert und da wird auch Battlefront sicherlich dann in diesem Fall keine Ausnahme sein. Und nun kommen wir zum endgültigen Fazit, nachdem ich Alpha, Beta und diese 40 Stunden das komplette Game dann getestet habe. Wer kein Competitive E-Sport Game erwartet und Star Wars Fan ist, kann meiner Meinung nach hier bedenkenlos zugreifen. Zum Thema Lootboxen muss jetzt jeder selbst entscheiden, wie schlimm er das findet. Wie gesagt, wenn ihr da meine Meinung zu wissen wollt, dazu gibt es ein zweites Video, das müsst ihr euch dann separat angucken, sonst sprengt das hier echt den Zeitrahmen. Mir hat dieses Spiel wirklich unfassbaren Spaß gemacht. Das Spiel ist wirklich Spaß pur. Meiner Meinung nach ist das ein verdammt gutes Game in so gut wie jeder Hinsicht und man kann und will einfach gar nicht aufhören zu zocken. Der Support, der noch kommen soll für die nächsten Jahre für das Spiel, dass die DLCs gratis sind, dass die für mehrere Jahre kommen sollen, also ich bin der Meinung, dass bei einem AAA Titel dieser Größenordnung ohne Paid DLC, da kann man einfach, wenn man bereit ist, das Spiel als das zu akzeptieren, was es ist, wirklich einfach nicht meckern. Und es ist einfach ein Spiel. Es ist ein Spiel, um Spaß zu haben. Und Spiele sollten Spaß machen. Und in diesem Punkt überzeugt Battlefront meiner Meinung nach wirklich auf ganzer Linie. Ich werde das Game auf jeden Fall zocken. Ich werde euch hier auf meinem Kanal und auch bei Twitch weiterhin an meinen Erlebnissen aus Star Wars Battlefront teilhaben lassen. Und falls ich noch irgendwas vergessen habe oder ihr irgendwas Bestimmtes wissen möchtet, dann fragt mich einfach in den Kommentaren. Da stehe ich euch dann gerne nochmal Rede und Antwort. Und wer trotz allem immer noch nicht wirklich sicher ist, ob das Game jetzt wirklich sein Geld wert ist, ich persönlich würde euch einfach dazu raten, geht zu Origin, besorgt euch Origin Access. Das kostet 3,99 Euro für den Monat. Man kann das sofort kündigen. Man muss nicht abwarten bis zu einem gewissen Datum oder so und das rechtzeitig kündigen. Also man kann es sofort wieder canceln von der Sekunde an, wo man es bestellt hat. Das heißt, es wird also nicht mehr als 3,99 Euro kosten. Und dann kann man das komplette Spiel 10 Stunden lang einfach nach Herzenslust testen mit allen Modes, die es gibt. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man es kaufen will oder nicht. Und wenn man es dann bei Origin kauft, bekommt man solange das Origin Access läuft sogar noch 10% auf den Kaufpreis. Also selbst wenn ihr die Deluxe Edition haben wollt, weil ihr jetzt dann heute Abend zum Beispiel gleich mit anfangen wollt zu zocken, dann geht das auch. Und ihr spart dann auch noch ein bisschen Geld. Und letzten Endes der Progress, den ihr macht, während ihr da testet, der wird danach sogar noch in euer Kaufspiel quasi übertragen. Also alles, was ihr dann in den 10 Stunden erspielt habt, das behaltet ihr auch. Und ich denke, das ist ein fairer Deal. Und ich werde mich jetzt verabschieden. Ich denke, das Video ist lang genug. Und den Rest klären wir in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Tschüss.